So Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Super Mario Odyssey. Ich bin schön, wie der da unten gerade. Er gibt nicht auf. Irgendwann, irgendwann wird er es vielleicht schaffen, die Schwerkraft auszutricksen und die Wand einfach hochzulaufen. Er lädt sich quasi gerade auf, dass er so schnell läuft, bis er so schnelle Bewegungen macht, bis er es tatsächlich schafft. So ein bisschen wie Link in Skyward Sword. Aber ich glaube, da können wir noch lange warten. In der Zeit haben wir das Spiel auf jeden Fall komplett durchgespielt und ich würde sagen, daran arbeiten wir jetzt einfach mal weiter. Ha! Warten Überleitung. Oh, das ist schlecht. Au! Ja, den haben wir schon. Schön. Aua. Interessant, dass wir nochmal spawnen. Ich habe ja... Ja gut, ich bin gestorben, ne? Weil das Spiel ist eigentlich noch vom letzten Mal an. Das ist ganz lustig, weil ich habe vorhin eine Folge aufgenommen. Na, die Pause. Hab das Spiel quasi auf... Bin ich eigentlich scheiße im Kopf? Ich glaube schon. Vielleicht wäre es einfach mal am besten, ihn zu töten. Wie wäre es damit? Ja, auf jeden Fall war das dann im Standby-Modus. Jetzt spiele ich weiter. So. Ende vom Lies. Ich brauche dich tatsächlich. Ich weiß, ich lenke dich ein bisschen beim... ...Wanderklimmen ab. Aber ich brauche dich leider. So, okay. Da... Ups. Hey. Da haben wir auf jeden Fall ein paar... Scherke-Münzen. Aha. Machen wir es so. Danke. Wollte mich schon beschweren. Ähm. Dann auch noch Münzen. Okay, da sind auch nur Münzen. Okay. Ich wollte nämlich gerade sagen, das kam mir so ein bisschen, äh... ...obzulal vor. Der Weg nach links. Ich bin übrigens gestorben, falls ich es gerade nicht mitgekriegt habe. Äh. Immer aufregen, wenn ich sterbe. Äh. Nee, ist ja nicht Crash-Fier. Äh. Äh. Achso, ich brauche immer noch das Viech. Ich brauche immer noch das Viech. Da-da-da-da. Ups. Ui. Okay. Alles gut. So, einfach mitfahren jetzt. Einfach mitfahren. Bling, bling, bling. Achso, ich habe übrigens was sehr Interessantes rausgefunden. Nach der letzten Folge. Da habe ich nämlich noch so ein bisschen im Menü rumgefummelt. Äh. Während ich an mir selbst rumgefummelt habe. Und da habe ich was... ...oh, nicht so Interessantes entdeckt vorne. Was ich euch vielleicht zeigen möchte, sobald ich, äh, durch bin mit diesem Abschnitt. Weil jetzt mitten hier abbrechen ist vielleicht auch ein bisschen doof. Okay. Das hat auf Wunderbär funktioniert. Ein Wunderbärchen, wollte ich eigentlich sagen. Habe irgendwie nur Wunderbär rausbekommen. Der Wunderbär. So. Sehr schön. Äh. Kam bestimmt irgendwie rauf da auf die Kante. Wir müssen nur noch ein bisschen weiter klettern. Ja, ist sehr gut. Capmeister. Wenn wir nämlich... Pass auf. Ähm. Nämlich gibt es hier, ganz interessant, ein, ähm... Hier, nach dem Forstland. Wolkenland. Mit zwei Monden. Das heißt, naja, nach dem Forstland sind wir abgeschlürzt und verloren. Das heißt, irgendwie da kann man tatsächlich hin und da gibt's Monde. Finde ich sehr interessant. Das ist auch die Arena, ne, wo wir gegen Biosolo gekämpft haben. Sieht so ein bisschen aus in dem Bild. Also, da kann man scheinbar nochmal hin. Sehr interessant. Und das werden wir auch, denke ich, tun. Also, was heißt denke ich? Auf jeden Fall werden wir das tun. Aus offensichtlichen Gründen. Im Tide steht der immer nach 100%. Oh, steht gar nicht im Tide Leon. Ja, ich weiß. Äh. Ui. Ich hab gerade eine Nahtoderfahrung gehabt, als ich da so ein bisschen an der Kante ging. Hier ist doch was, oder? Er könnte mir nicht erzählen, dass hier nix ist. Hier ist nix. War hier nicht irgendwo Captain Toad, eigentlich? Also, da unten meine ich, da wo ich gerade hingeguckt hab. Nicht da, wo ich aktuell bin. Tu, was ich, äh, meine. Nicht, was ich sag... Oh, okay. Oh Gott. Hehe. Ein bisschen gegrindet gerade quasi, aber ist okay. Komm ich hier rüber? Schade. Oh, er ist tot. Das ist nicht gut. Wobei... Ich brauch ihn nicht. So, weiß ich nicht. Vielleicht brauch ich ihn doch. Also, man kann hier ja nicht unbedingt ohne Grund hin. Deswegen... Pff. Guck ich hier halt überall nochmal, ne? Aha, 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 aha. Oh. Okay. Warte mal, ist das jetzt quasi... Ah ja, guck mal, das ist auch die Kante, die ich eigentlich meinte, ne? Vorhin, eben, gerade, vor, weiß ich nicht, drei Minuten. Äh. Ach, da ist auch so das Ding zum Einflachen. Ich wollte gerade sagen, ich hab nämlich die, die, den Samen da gesehen und dachte mir, hm, will ich jetzt da runter den holen? Weil ich weiß ja gar nicht, wo der Pott dafür ist, aber der ist einfach hier. Und da ist eine Tür. Die öffnet sich dann vielleicht. Warum kommen wir hier gar nicht immer hoch eigentlich, ne? Kommen wir schon hier vielleicht? Je boi, eh das Vieh, ich merk' ich gerade. Toll. Ja gut, machen wir erstmal hier unten fertig. Autsch. Das ist ausgezeichneter Start. Kann ich den hier einfach... Dich, dich... Genau, einfach euch... in die Schlucht fördern, aber eigentlich... Kann ich auch rausweichen. Mein Gott, wenn ich den treffen würde. Ach komm. Uiuiui, ich bin fast tot. Ist nicht so gut. Jetzt sterben wäre äußerst unangebracht. Äh, aus dem simplen Grund, dass ich dann hier nochmal den Weg hinfinden müsste. Hehe. Ah, okay. Ach ja, wir vergessen, dass das ja dann passiert. Ah, so kommen wir auch hier oben hin. Okay. Moment, ich möchte noch nie nach oben, bitte. Ich möchte erstmal die Münzen hier holen. Ist das okay? Uiuiui, ich dachte gerade, ich falle daneben. Aber wie komme ich da rein? Die Tür ist offensichtlich eine begehbare. Autsch. Jetzt kommt das Viech an, woher nimmt geht mich. Das wäre lustig. Oh Gott, okay. Ich hätte erstmal mitfahren sollen. Gut, Leute. Das dauert jetzt 17 Jahre, bis ich da oben bin. Stellt euch leider darauf ein. Ich trinke mal einen Schluck in der Zeit, ne? Die Musik spackt auch irgendwie schon ab. Deh, 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 deh. Ja, guck mal, die Kamera dreht sich schon, ja? Das heißt, wir sind schon bald da. Ja, okay. Ne, 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 ne. Oha. Okay. Uiuiui, oh Gott. Wenn die Steuerung halt nicht beschissen wäre. Das war schlecht. Ich mag es auch ein... Echt jetzt? Echt jetzt? Wow. Super Mario Odyssey. Was ist dein Problem? Ich will eigentlich auch Bowser in der Folge plätten, aber ich will auch das jetzt machen. So, jetzt fahre ich jetzt gleich mit hier. Oh, guck mal, ich kann so herauf. Vielleicht komme ich da unten gleich wieder raus, wenn ich hier oben fertig bin. Kann natürlich sein, ne? Deh, 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 deh. Okay. Versuchen wir es nochmal. Alter, wie man durchdreht. Das ist ja wirklich furchtbar. Okay. Das wird auch furchtbar hier. Nein, ach man, nicht mal wenigstens, hätte ich wenigstens den einen bekommen. Mann. Verfickte Scheiße. Äh. Deh, scheiße. Was verlangt dieses Spiel gerade von mir? Einfach Dinge neu spielen. Das ist aber nicht seine Art eigentlich. Ich würde immer mit dem, mit dem, mit der Mütze gleich fangen. Ich weiß auch nicht so recht, warum. Hüi. Oh Gott. Ey. Nimm sie. Die Samen. Brrrr. Ich sollte die vielleicht neu ansammeln. Ich weiß nicht, wie lange die halten. Vielleicht, äh. Okay, okay, okay. Ich würde jetzt springen. Ah, okay. Ich bin normal. Oh. Das ist nett. Okay. Ganz gerade. Springen. Ich glaube. Oh doch, ich schaffe den Sprung. Okay. Oh. 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 Sprint übers Wolkenmeer. Oh, schön. Brrrr. Ganz wie geh-hä-hä-hä-hä-häs. Ah, okay. Na, ich lande trotzdem hier. Okay. Gut. Dann, äh, ja. Holen wir das Ding nochmal. Dann kann ich nämlich direkt wieder nach oben. Beziehungsweise. Ist hier noch irgendwas von Belang? Nö, ne? Ne. Ich wundere es ein bisschen mit der Tür da. Also, die kann ich doch bestimmt irgendwie öffnen. Das hat doch eigentlich bestimmt was zu bedeuten. Aber ich weiß nicht, was und wie und in welche Richtung. Und bevor ich jetzt stundenlang da rumforsche, würde ich sagen, lassen wir das einfach. Ich meine, da unten ist ja auch irgendwas, ne? Mit dem kleinen Vorsprung da. Naja. Ich hab die wieder Münzen. Muss reichen. Ach, Mario! Oh! Ich hasse dich. Ein bisschen. Ach, beim Umsatmen drückt, bleibt man ein bisschen schneller. Okay. Ich hab'n nicht getraut, weil ich Angst habe, dass er dann die Mütze wirft und einfach, weiß nicht, runterfällt. Dass er das Handtuch wirft quasi. Aber die Mütze halt. Versteht ihr? Ui. Ne, 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 ne. Ne, 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 ne. Ich mag für die Musik komplett durchtreten irgendwann. Und Du liestó. De, 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 de. Okay, Bowser! Jetzt wird deine Mutter gefickt. Aber erstmal wird sie um die Ecke geguckt. Was haben die? Muss ich da meinen Pimmel reinstecken vielleicht? Mein Pimmel gleich die Schnäbel von den Viechern. Passiert denn irgendwas Tolles? Ich weiß es nicht. So. Bowser. Good Zeit, my friend. Da steht Bowser. Äh, Bowser. Ja, Bowser auch Peach im Brotkleid, würde ich sagen. Du bist zu spät. Wir müssen leider weg. Unsere Hochzeit findet auf dem Mond statt. Ja. Okay, wir haben es fest mit einem Bowser-Boss-Kampf gerechnet, aber gut. Kann er nicht alles haben, ne? Äh, okay. Dich brauche ich vermutlich? Kann ich irgendwo hier hinten an die hochklettern oder so? Ich würde sagen, so wahrscheinlich einfach nicht. Hm. Achso, natürlich, natürlich. Hm, Baumstadien mit zwei Leben, was denn da passiert? Mein Gott. So, okay. Ah ja. Äh, komm ich da so hoch? Nee. Äh. Ähm. Äh. Komm ich da hoch? Äh. Äh. Hm. Ich weiß es nicht. Jetzt wahrscheinlich nicht. Überleben. Achso. Ja, okay. Ich bin dumm. Hey. Holz. Holz ist penetrierbar. Zack, 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 zack. Ja, es ist jetzt schlecht. Ähm. Ich bin dumm. Achso. Mario. Äh. Hm. Interessant. Und wer jetzt alle Dinge einmal, alle vier quasi, mal platt machen muss, so ein bisschen. Äh. So, jetzt krieg ich deine Mutter. Pass auf. Hältst du dich bitte fest, Mario? Ja. Das funktioniert ja super mit dem, deine Mutterfegen. Mann. Oh, ist das Schissen. Entschuldigung. Oh. Das kriegt mein kleines Brain nicht hin. Ja, komm schon. Oh. Kommen wir sogar nach oben gerade. Na dann, nehme ich erst mal dich. Genau so. Oh, scheiße. Voll, voll den Stern eingesammelt. Stimmt. In dem Spiel gibt's gar keine Sterne? Fällt mir gerade so auf. Kein Power-Stern. Kein Power-Stern. Nee, Power, wie heißen die denn? Sie sind besiegbarkeitssterne. Ihr wisst schon. Ein Feuerblumen soll ja auch nicht, ne? Huch. Okay. Was ist das? Ich kann's aber nicht erkennen. Nee, nee, nee. Okay. Verstehe die Problematik. Oh Gott. Die Altbekannte. Ich finde, das hätten Double verdient, weil ich da quasi beide reingeballert hab. Hü. Das ist echt weird. Hm. Hm. Okay. Kann ich da vielleicht auch gedrückt halten? Vielleicht macht's dann so damage. Das könnte auch sein, ne? Jetzt fehlt er nicht nur noch der hinten. Nur noch der Wichser von hinten. Zum Ritter von hinten. Hm. Oh, oh. Kommt hier ein bisschen gefährlich nachher grad. Das war dumm. Scheiße. Wollte sagen, ich darf es nicht mehr verkacken. Sollte ich zumindest nicht. Okay. Wo häng ich denn da jetzt bitte fest? Auch Videospiel. Ja, gedrückt halten geht er auch. Oder der war noch geschwächt, weil ich ihn schon mal getroffen hab. Ich weiß es nicht. Schönes Feuerwerk. Schön. Hat Spaß gemacht, der Bosskampf. Oh, yeah! Juhu. 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 Wir waren so nah dran und jetzt hat Bowser sich zum Mond aufgemacht. Wir können ihn aber mit der Odyssey verfolgen. Wirf mich auf den Globus da. Wieder unser Kubil-Tot. Was ist denn das da? Wenn ich mal fragen darf. Das ist eine Abkürzung. Darf ich hier jetzt... Wir haben ja nicht nur Munde... Darf ich hier gar nicht normal lang gehen mehr? Das ist ja traurig. Na gut. Machen wir mal. Wir haben noch Zeit. Gucken uns zumindest mal an, was das nächste Land so ist. So, wie viel haben wir jetzt? Ich habe nicht hingeguckt, wie viel wir gerade überhaupt hatten. Keine Ahnung. 240. Irgendwas mit dem 40er Bereich, würde ich sagen. 48. Yeah. Ah, schon fast ein Drittel. Juhu. Scheiße. Naja, aber bald wird es schneller gehen. Wenn wir einmal durch sind und dann werden die Munde nur so rasseln, sage ich euch. Die Örse hier hat ihr maximales Potenzial erreicht. Oha. Wäre jetzt zum Mond einfach können. Ja, warum denn auch nicht, ne? Frage ich euch. Bowser hat sich irgendwo mehr vor uns... Was? Bowser kann sich nirgendwo mehr vor uns verstecken. Wir folgen ihm auch noch ins Mondland. Auf geht's. Äh. Äh. Und äh. Eure Rettung naht. Ja. Ja, jetzt guck mal. Da ist endlich Wolkenland. Da kann man einfach hin jetzt. Ist ja witzig. Äh. Ich würde es aber allerdings dann doch vielleicht gerne in der nächsten Folge machen. Weil dann vielleicht doch schon direkt hier Bosskampf und so kommt. Ich weiß es nicht. Na, wahrscheinlich nicht. Aber muss ja nicht sein, ne? Wir können aber gucken hier. Wie viel hatten wir denn jetzt im, äh... Im Bowserland? Hier gibt es auch gar nicht so viele. Aber ja, auf jeden Fall einige wieder mal übersehen. Ja. Joa. Hier von der K-Pokussliste haben wir eigentlich auch schon echt viel. Ne? So ein paar... Ich denke mal, wenn hier wirklich welche fehlen, dann sind es auch in den entsprechenden Ländern, die halt fehlen. Hier habe ich wahrscheinlich irgendwo heute im Wüstenland noch nicht. Ähm. Ja, wir sind da eigentlich schon fast am Ende, ne? Gibt mir so ein bisschen die... Das Gefühl, dass jetzt tatsächlich auch nicht mehr viel kommt. Also, nach Bowser vielleicht kommt da noch so eine Afterworlds, Bonus-Welten-mäßig, wo man noch ein bisschen was hat. Ansonsten war ich schon den großen Teil so durch. Und dann wird kompliziert. Aber vielleicht irre ich mich auch komplett. Vielleicht kommen noch mal doppelt so viele Welten, wie wir gerade haben. Ich habe keine Ahnung. Ich finde es auch schön, dass der goldene... ...kette nun einfach ein anderer ist. Why fucking ever? Naja, gut. Leute, ich sage auf jeden Fall danke fürs Zusehen. Ich hoffe es gefallen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bei Super Mario Odyssey. Und dann geht es... Ja, auf jeden Fall ins Mondland. Mal gucken. Vielleicht mit einem Bosskampf. Mit einem schönen. Keine Ahnung. Wir werden sehen, ne? Äh. Ja. Bis dahin. Hey. Ciao. Ciao.